ein schönes auto fährt sich gut aber holen mögen wir nicht 21 punkte fahrmann hast du gekriegt klar wo auch also ist immerhin ja und du warst vor mir oder was weg warum bist du wieder vor mir weil du geleckt hast übertreibt doch mal nicht ich hab dich was mich voll berührt ich warte mach ich warte bist du hier ich begrüße damit ich mich anlassen und anschreien lassen kann von dir oder was ich hab nur gesagt beruhig dich mal du leckst hier rum und ich krieg die schuld oder was auto müde auto hajad alter das bist du sind weil warum und schild alles rumfahren einwandig doch ein richtig so waren nicht auch feile naja da hast du schon mal gewonnen hier sind feier auf alles nicht gesehen hat wasser was wie wir kommen schaffst du es noch oder ich betrunken ok ist dein ernst mal was ist das jetzt hier das wäre zu hoch das nervt mir schon wieder hier na klar fahr doch wieder ins wasser man ja na klar fahr doch noch mal ins wasser wie dämlich ist das denn jetzt alter hat denn ja ich hab's verstanden wenn du hast da unten gestanden wie komme ich jetzt um alter hoch hast du auch zu lügen uns hättest du nicht gespawnt das war ich hab's versucht hoch zu springen wie wollte da war keine lücke ich hab noch mal richtig schwere da für dich feile da kommt noch wer so feile weiss ja genau dass ich feile nicht kann da ich ohne alter dieses geradeaus fahren alter ist ja so ätzend alter mal feile runter alter homo und 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 Beine mit Aussortierer wäre vielleicht geil, Mann. Hat das irgendwie gelitten, oder was? Weil? Pfeile mit Aussortierer, da spinnst du oder was? Weil? Hat man noch nicht. Das stimmt allerdings. Aber ich glaube, das gibt es auch gar nicht. Ja. Weil du müsstest ja eine Röhre drumherum machen. Aussortierer gibt es ja nur eine Röhre. Nein, hier so eine Ventilar... Wie heißt denn die Stromdinger? Ja. Ventilatoren... Ich weiß, was du meinst. Und hier sind die Pfeile, Alter. Fixer. Ähm... Windkraftwerke da. Windmühlen. Ja, Windmühlen. Hätte gerade gesagt. Windmühlen. Wird mehr doch mal was. Windmühlen. Oh ja, die sind vielleicht hier verkehrt. Oh ja, die sind alles voll mit Pfeile. Ist ja ekelhaft. Mit den, mit den, mit den? Vielen Dank. Ja, ne, ist klar. Versetzte Pfeile, Alter. Ja, da, klar. Jetzt zurückkomm ich natürlich nachschreien. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, da, klar. 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 können muss wohl doch eine er war er sagt jetzt ja eine können wir noch nein du willst du machst raus schaffen wir doch ist eine halbe stunde und ein scheiß ernst ja hättest du gewonnen hättest du doch eine gewollt war natürlich nein hast du gesagt wenn ich verliere will ich noch eine habe ich gesagt ja hast du verloren ja aber ich will keine mehr in ernst jetzt ja weil wenn länger als eine halbe stunde dauert gehst du raus und ich allein ist auch doof ich fahr dann wer da wenn es länger als eine halbe stunde dauert außer wenn ich jetzt am punkt 20 minuten brauche ja dann ist immer noch keine achte du bist mit meiner locker haben auch schon gekriegt mit absicht 20 minuten brauchen ein haben wir nicht mit absichten gekriegt nein gestern nicht ganz zufällig kann sich noch eine form ziel waren bestimmt locker eine viertelstunde oh ja das war ja was anderes was denn das waren daran anders weil wir gezickt haben wieder ach ja das ist ja die runde wichtig wo ich geschrieben habe man kann nicht kann nicht fair gewinnen ja du kannst du nicht mehr gewinnen was waren das eben 45 46 47 48 fehlt alter ist ja belastend muss ich den raum raussuchen achten für sie habe ich heute gesehen da kommen wir mal 49 40 auch schon wieder feine ja ja und man jetzt haben wir das klaver oder Vielen Dank. Vielen Dank. Mm-hmm.